Betrifft Geschichte Die Briefbomben zu den Sprennstoffanschlägen der 1990er Jahre in Österreich. Die Fahndung nach den Urhebern des Terrors gestaltete sich schleppend. Wie der Bacondi von der Initiative Minderheiten. Die österreichischen Sicherheitsbehörden waren mit einer neuen Dimension des Terrors konfrontiert. Es fehlte zunächst an spezifischer Ausbildung, aber auch an der Ausrüstung. Erst im Dezember 1995 wurde die Sonderkommission Briefbomben eingerichtet, die auch neue Ermittlungsmethoden erprobte und ihre Zusammenarbeit mit einem Profiler intensiviert hat, der dann auch ein Täterprofil erstellt hat. Und in den Ermittlerkreisen setzte sich dann 1995, 1996 zunehmend die Erkenntnis durch, dass es sich um einen Einzeltäter handeln müsse. Die Ermittlungsbehörden versuchten dann auch, diese Person unter Druck zu setzen. Sie haben versucht, über die Medien mit dem Täterkreis zu kommunizieren. Aber letztlich wurde der mutmaßliche Täter im Oktober 1997, konkret am 1. Oktober 1997, durch Zufall bei einer Verkehrskontrolle von zwei Polizisten gefasst. Die Ermittlungen ergaben, dass Franz Fuchs die Anschläge mit allergrößter Wahrscheinlichkeit allein verübt hatte. Insgesamt, um sich sozusagen die Dimensionen dieses Falls zu veranschaulichen, umfassten die Ermittlungsunterlagen, die Ermittlungsergebnisse rund 400.000 Seiten Papier. Es gab in diesen vier Jahren 153 Hausdurchsuchungen und mehr als 50.000 Personenüberprüfungen. Der Strafprozess begann im Februar 1999 am Landesgericht für Strafsachen in Graz. Gestärkt durch Franz Fuchs Verhalten im Gerichtssaal, also sein unentwicktes Brüllen rechter Parolen und einem psychiatrischen Gerichtsgutachten kam es politisch und medial zur Pathologisierung des Täters und Entpolitisierung seiner Taten. In den Medien war die Rede von krankhafter Eitelkeit, einem teuflischen Genie, dem Sonderling aus Gralla oder einem schwer kranken Psychopathen, so bezeichnete ihn übrigens auch der damalige Innenminister Karl Schlügel. Von den Medien und von der Politik wurde Franz Fuchs vollkommen losgelöst, von einem rechtsextremen deutschnationalen Gedankengut gezeichnet. Und Rechtsextremismusexperten wie Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes bezeichnen die vier Jahre andauernde Terrorwelle als Vorläufer gegenwärtiger rechtsterroristischer Anschläge. Warum Vorläufer? Das betrifft zum einen die Wahl der Opfer. Also die Opfer waren ethnische Minderheiten oder auch deren Unterstützerinnen. Aber auch diese seitenlangen Bekennerschreiben, die verschickt wurden, darin äußert sich ein extremes Mitteilungsbedürfnis einerseits der Täter. Und inhaltlich aber gibt es hier viele Parallelen auch zu späteren rechtsterroristischen Manifesten. Zu nennen ist die Angst vor Migration und sogenannter Überfremdung, die Angst, dass Traditionen und Gepflogenheiten zerstört werden durch Minderheiten, durch Migrantinnen. Also diese Vorstellung auch, dass man von anderen Gruppen ausgebeutet werde und auch dieser tiefsitzende Hass gegen alles vermeintlich andere. Also das sind so Vorstellungen, Ideen, die sich eben auch heute finden in rechtsterroristischen Manifesten, aber auch in den Programmen von rechten Parteien und auch von rechten Gruppen. Franz Fuchs wird auch als sogenannter stochastischer Täter bezeichnet. Was heißt das? Seine Opferauswahl ist nicht zufällig. Zufällig ist eher, wer die Tat begeht, also wer zur Tat schreitet. Aus dieser großen Menge an radikalisierten, fanatisierten Menschen. Also diese Taten, diese entstehen eben nicht zufällig im luftleeren Raum, sondern eher derjenige, der die Tat begeht, das ist zufällig. Und diese Gefahr ist heute größer denn je durch die sozialen Medien, durch die Möglichkeit, Hass und Hetze einfach ohne Begrenzung zu verbreiten und hier eben auch eine große Zielgruppe zu erreichen. Das war der fünfte und letzte Teil einer Reihe über die Brief- und Rohrbombenattentate der 1990er Jahre in Österreich mit Wieda Bacondi von der Initiative Minderheiten. Redaktion Robert Weichinger, Gestaltung Rosemarie Brückstaller